Welche Röhrchen hat er gehabt? Er hat Algen gehabt, vorher auch immer. Oh, guck mal hier, was er macht. Der zappelt ja ins Dall im Wasser. Bei mir nicht. Eklig. Bei mir liegt er da wie... War ihm ein bisschen kalt. Waren die letzten Zuckungen. Ist er hin. Hallo und willkommen zurück bei Subsistence. Joa, ich hab hier mal so ein bisschen heute Nacht umgespielt und ein paar Claymores gebaut. Oh, ist kalt? Fernsehen. Fernsehen gucken. Da unten im Feuer? Sieht ein bisschen komisch aus, wie du da sitzt. Aber wir sehen hier hinten Ronny hält sich auch, als hätten wir ihn angekettet am Gitterbett. Kiek mal. Ah, stimmt. Der ist festgefroren. Naja, und hier oben Raffi und Jana. Er schläft mit offenen Augen. Ja, Heiko, ihr seht zum ersten Mal. Du musst nicht verpassen, ey. Hab ich mich heute Nacht erschrocken ein bisschen, als der da mit offenen Augen lag. Und Raffi und Jana haben die Köpfe in der Couch gesteckt. Das sieht auch ein bisschen seltsam aus. Ja, ich hab gedacht, wir machen mal ein bisschen Feuerwerk. Unten. Dann war ein Gegenangriff fliegen. Das heißt, wir müssen erstmal einen Gegenangriff auslösen. Aber wir brauchen eh noch mal die große Base. Weil, wir haben festgestellt, ich glaube, wir hatten bei den letzten Malen immer 40, 50, 60 Bretter. Das war ja nicht schlecht. Ja, zur Not machen wir die gegenüber auch noch. Kommt dem drauf an, was hat er denn noch an Granaten übrig? Na, denn bräuchten wir aber zwei Türöffner. Oder ist drüben keine Metalltür? Nee, ne? Das war Holz. Okay. Na, dann wollen wir noch eine Granate mit herstellen? Ich hab sechs in der Tasche und zwei Mons. Achso. So, naja, dann ich glaube, wir sollten wir uns wir haben jetzt echt gefroren. Sollten wir uns ein Wärmekit mitnehmen? Ich hab zwei dabei. Da waren nur zwei drin. Wie hast du denn zwei dabei? Ich schleppe ich schon seitdem wir im Westen gefahren sind mit rum. Hast du dir welche mitgenommen? Hattest du Angst? Ja. Dass du frieren musst ganz fürchterlich? Ah. Frieren ist nicht schön. Nee, nee. In echt auch nicht. In echt auch nicht, nein. So, reparier ich noch mal eine Waffe schnell. Hier wenigstens ein bisschen so. Zwei und vier. Verhessen. Und wir treten jetzt wieder verhessen. Achso. Ich glaube, wir haben nicht jedoch Kleber. Muss ich echt jetzt noch Klebers herstellen? Klebers? Nein, Kleber. Ich wollte da inzwischen noch ein Wort sagen, das hat sich zusammengezogen. Vier, fünf, oh. Das wird hier nochmal. Der Teig jetzt nicht mehr eingerechnet. Komm mal fünf Stück. Kommen wir fünf Stück raus aus der Mische. Ja. Ja, das nervt mich. Das wollte ich nicht jetzt machen. Aber was trinkst du denn da schon wieder? Hopfen-Kaltschale. Das glaube ich nicht. Doch. Sonst sagst du immer das Wasser. Nee, ich sag nur Wasser, wenn es auch wirklich Wasser ist. Ich glaube ich auch nicht. Doch. Die. Keine schönes Wetter. Nenn, 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 nenn. Ja. Nenn, nenn. Masse mache ich mal aus. Oder? Brauchen wir nachher Masse? Vielleicht, oder? Wirklich? Ja, klasse aus. Zur Not schmeißen wir jetzt mal ein Pannen an. Wir haben ja ein fair Wert her. Nenn, nenn, nenn. Ah. Wir sind nur halbvoll. Ich habe bei mir nachgefüllt mit dem, was ich im Kofferraum hatte. Ich habe ja nur schon im Kofferraum. Na, wenn ich liegen bleibe, pfeif ich es zurück. Eispaarren. Hier bin ich doch irgendwo rumgesegelt nur durch, ne? Von dem Quad runter. Und wo war eine Felskante. Oh. Dann war ein Hasi. Ach, schon wieder? Ja, ich sehe ihn. Bin auch noch mal rübergefahren. Doppelt hält besser, oder? Mh. Ich habe fünf Medipacks und sechs Verbände. Ich habe drei Medipacks und neun Verbände. Ich bin immer noch nicht fertig. Ich dachte, jetzt sind sie aber locker fertig. Okay, dann haben wir ja wieder nur zwei Kisten. Oh, siehst du, jetzt hast du angelockt. Wer hat hier unseren Wald? Da, der Lumpenmund. Irgendwas steckt mich hinter deinem Quad. Nein. Nein. Warum kommen die denn nicht? Jetzt. Oh, jetzt kommen sie von allen Seiten. Gut. Zwei habe ich. Schießt du auch innen? Drei. Da, meiner. Ich habe alle tote geschossen. Ena kam von hinten noch. Ja, Ena kam von hinten noch. Tja, ein Beutelchen habe ich. Du hast zwei? Na, drei. Vier. Warum blutet die denn jetzt so lange? Oh, das ist mein Ohr bluten. Ne, ich habe jetzt doch eine Bindener. Ich habe ja neun. Okay, jetzt werden sie aber wahrscheinlich schon eine Claymore irgendwo haben. Jetzt sieht man so gut. Jetzt sieht man so gut. Eigentlich. Ja. Oho. Und die zweite? Zwei haben die noch nicht, oder? Wir waren ja schon ein paar Mal hier. Da könnten sie ein bisschen vorsichtiger gewesen sein. Klopft immer mal einer irgendwo, oder klopfst du? Ich klopf nicht, ich stehe. Ich wollte schon öffnen grad. Ich sehe keine zweite. Na, den öffnen. Ich glute noch ein bisschen. Ey, ich war noch nicht so weit. Das ist neblig. Nun komm. Ey. Ey, ich brauche aber heute viele Midi-Picks. Ne, geh nicht die. Nicht meinen Tag heute. Mann. Kommt da neben, ich hoffe mal auf jeden Fall. Ja, merke grad. So, scheiße. Lotte schon wieder, ey. Weg hoch. Ist aber unnormal heute. Hast du sie alle getötet hier drin? Lotte schon wieder. Oh, ich geh hoch. Was war hin? Äh. Der andere, oh. Hier hat er einen Pfeil. Uh. Der war dicht. Ja. Hat's hier hingehockt. mit oben auf mein bestes Stück gezielt. Hätte aber doll zielen müssen. Echt, ja? Ist mir neu. Das ist kalt. Hey, der ist einfach an mir vorbeilaufen. Gott, wie viel liegen denn jetzt hier? Eins, zwei, drei, vier. Hier lag doch einer. Fünf. Neun waren das durch. Wir werden erst mal gucken, wie weit sie sind. Eine Tür, zwei Türen. Boah, wir sind immer noch nicht weiter. Wir waren ja schon drei oder vier Tage. Das ist doch nicht. Na, und vor allem waren wir auch zwischendurch schon looten. Ohne Aufnahme und so. Also, es ist ja schon Januar, fast Februar. Also, hallo? Etwa mal die Claymors schon gestellt. Oh, Glasplatten. Ach, guck mal, hier sind eine Fragmente. Da sollten alle rumstehenden Sachen erst mal rum. Ich hab's schon. Hier unten ist ja eine Kiste. Das haben wir hier im Ofen. So, dann nehme ich mal die Kiste. Ohne Granate. Das ist gut. Und Legierungsbleche. Na, schön. Soll ich Moni wieder alleine raus sein? Ich lebe ja gleich weiter. Ach so, kannst du auch ein bisschen. Ja. Ich weiß nicht, ich bin heute irgendwie mit dem Schießen echt langsam. Und so viel Binden und Midi-Packs, wie schon lange nicht mehr. Na dann, eröffnen wir mal den Reihen. Letzt sieben Granaten. Oh, was ist denn? Ich hätte gedacht, die sind schon fertig. Wie groß. So ein Kack. Was? So ein Kack, du kannst dich mal ein bisschen beeilen. Und was stimmt doch hier nicht? Die hat sich ja ja nicht verändert. Da brauche ich doch viel Erz, wie Küchen und drei Hanferspecken. Drei Glasplatten. Ah, cool. Ich habe auch schon eine. Bretter, ein paar aber nur. Und Moni. Und so. Zeig nochmal ran. Ja. Schade. Hier schießt was. In südlicher Richtung. Mach ich mal weiter, ja? Wie, wo bist denn du? Unten. Ich habe schon eine Granate hinlegt. Und nochmal. Ich bin erschrocken. Stimmt, noch keine Kiste drin. Ach doch, hier ja. Doch, hier ja. Ja. Vielleicht verzögert man das aber auch durch den Überfall immer. Früher aber auch nicht so. Oh, noch eine Granate. Lettter. Dann haben wir vier. Aber wir brauchen ja bloß eh eine zum Rind kommen. Ja, ja. Also haben wir für zu Hause wieder welche. Ja. Allerdings habe ich nur noch eh einen Medipack. Wenn wir jetzt noch die anderen überfallen wollen, müssen wir noch nach Hause. Ich glaube noch vier. Wir können ja teilen. Oder wir gehen kurz nach Hause. Wir haben noch Zeit. In südlicher Richtung war das. Wollen wir da? Nee, war das? Oder? Ach. Nee. 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 Das ist eine schöne Strecke hier im Winter. Ja. Sag ja, die Wels hat jetzt einen schönen Standort. Also auch für den Sommer. Ist ja schnell hingelaufen. Ja, das stimmt. Wollen wir ja erstmal die Claimer stellen? Nee, den kriegen wir ja nicht mit, wenn wir weg sind. Dann, wenn wir weg sind, und die kommen nicht so schnell. Ich gehe jetzt nur schneller hin. Wir holen hier schnell Medipack. Und vielleicht noch zwei, drei Binnen und dann. Ja, ich schmeiß ein bisschen Kram raus. Achso, wenn wir die anderen gegenüber noch überfallen, dann kommen die wieder von der anderen Seite. Da müssen wir uns dann drum kümmern. Na, die auf der anderen Seite sind mir ja, ja. Ich will ja nur die hier sehen. Vielleicht kommen die aber auch hier mit rüber, wenn die anderen hier sind. Sollte ich lieber Monis benutzen und die vier Granaten übrig lassen? Das ist mir egal. Ach, scheiße, ich bin lieber zwei. Wenn zwei Monis sind, den Rest muss man hacken. Okay. So, dann packe ich schon mal ein bisschen was aus, schnell her, die teuren Sachen. Rüber rin. Jetzt haben wir 25 Bretter. Nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Dann geht der Ducke aus. Dann wird das Fleisch liegig umrinnen. Es mich noch mal satt und dann können wir rüber, schnell. Na, 15 Kleber haben wir mit ihm. Ja, das ist nicht schlecht. 25 Bretter. Ja. So, denn? Achso. Ah, Kap 4 Minipacks jetzt heute noch reichen, oder? Kap 4 jetzt. Ah, Kap 4 jetzt. Da haben wir einen schönen Tag erwischt im Winter. Finde ich auch. Bleib mal stehen. Ein Foto machen wir noch. Ähm. Wo ist er denn? Mhm. So. Oh, jetzt kommt er einen hinrufen. Du hast ihn angeschossen und mich kommt er an. Oh, grüne Röhrchen hat er gehabt. Der hat Algen gehabt, vorher auch immer. Oh, guck mal hier, was er macht. Der zappelt ja nicht doll im Wasser. Bei mir nicht. Eklig. Bei mir liegt er da wie... War ihm ein bisschen kalt. Waren die letzten Zuckungen. Ist er hin. Blutest du auch aus? Nee. Hat schon noch wer hört. Hä? Ich glaube, wir haben wir immer schon ihn gesucht und ihn gefunden, ne? Zappelt er da doll drin. Doch, da ist er. So. Wirst du da zappeln? Äh. Komm weg, ich mach warm. Achso. Stimmt ja, wir haben doch was. Da liegen sie alle auf dem Wasser. Mhm. Da liegt noch ein Rucksack. Und? Oh, schön. Röhrchen. 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 Oh Gott Geht eigentlich, ne? Ja Na gut, holst du hier Rechts, um der Ecke Oh, der hängt fest Jetzt nicht mehr Jetzt liegt der irgendwie, oh Oh, 14 Wieder vier Glasplatten Die sind 14 eigentlich schmolzende Glasfragmente und nochmal vier Sandsteine So, was haben wir oben? Kannst du schon Nehmen Achso, hier ist ja nur eh ne Kiste, wa? Bisschen Schießpulver bisher nehmen Ja, hier ist nicht so viel, stimmt Hier, nimm, aus der Kiste Achso, und nochmal Ne, immer noch Oh je Oh, aber 10 oder 12 Pläne Das ist nicht schlecht Ne, das war deine Mund Die sind einfach zu schnell Irgendwie schon, ne? Na, gucken wir mal noch die Claimers hinstellen Sitz zu Hause Danke, lieber Nachbarn Ja, war schön Na, die geht doch schnell mit dem Kurt, ey, Wahnsinn Schön Ja, finde ich auch Na, dann schnapp dir mal die Claimers Ich lade aus Ein bisschen Oh, ich kann mir ein paar nehmen Dann Wo liegen die Rehmeerbonbon? Mhm Oh Ich hab auch eine Schenk, schön Ritter Was Platzier Soll ich die so platzieren, wie das letzte Mal, ja, wa? Das sind ja deutlich mehr diesmal Ich würde auch noch welche machen, wenn wir noch Zeit haben Zwer Drüben auf die andere Seite noch stellen, oder was? Nö Ich würde hier eigentlich Und vielleicht vorne am Hexhaus noch Naja Das Ding dabei ist Das beschädigt ja auch unsere Strukturen Nein Doch Das beschädigt unsere Strukturen Auf jeden Fall, wenn jetzt du dich dran hast Hier kommt er auch immer hin Genau hier An dem Stein Irgendwie ist der Sound komisch Äh, gab er keinen Sound Ich auch nicht Also, keine Geräusche Ich auch nicht Ist mir eh nicht schon auf jeden Fall unterwegs, war das komisch Sollen wir nochmal locken? So 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 Ah, bist du? Wo habe ich jetzt? Letzte Ach, die grünen So Wie viel habe ich denn? Oh, drei Na, denn Na, wenn die da langgekommen sind Dann sind die ja immer Doch, die drei unten, glaube ich, sind ja alles gut Denn Sind sie zum Baum gegangen Aber am Baum würde ich jetzt gehen Da ist ja noch eine Am Baum haben wir Die Frage ist jetzt, ob ich hier oben noch eine hinstelle Unwahrscheinlich Also da oben ist ja fast nie eine Ja, hier, wo ich jetzt bin Die hier vielleicht Oh Der wollte fliegen Verfluchte schossen Vor anderen Seite noch welche hinstellen? Nee Sieht man ja den nicht Die kommen auch mal drüben Ja, das ist ja egal Aber wir können ja nur auf eine Seite gucken Das regt mich voll auf, dass der Sound weg ist, wa? Ja, ist ja ruhig Nur die Ja, wie im Vakuum irgendwie ein bisschen Was haben wir denn hier? Eins, zwei Drei Hier drüben haben wir auch drei Hm, ich stelle hier auch noch mal eins hin Komm, ich stelle hier noch mal eben auf den Weg zum Zum Baum hin Einfach oben Und wenn sie sie nicht nutzen, stellen wir sie eben wieder um Für den nächsten Run Die wollen auch grad Und die stellen wir dann um Ja, das war zu dicht Die kommen ja eh nicht gleich Ja, aber die sprengen sich gegenseitig Na ja So, dann machen wir hier Schluss, wa? Spannend! Und dann gucken wir in der nächsten Folge Mit euch zusammen Vielleicht machen wir den eben auch schon nachts an Dass wir nischt verpassen Und dann schauen wir mal, was passiert hier unten Mhm Gut, schön, dass er dabei war Jetzt auch ohne Ton Sollen wir mal gucken, woran das liegt Und dann sehen wir uns bald wieder in der nächsten Folge Bis dahin Haut darin Tschau 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 Untertitelung des ZDF, 2020